Kalldeum ist von Belial und seinen Lügen befreit. Doch Asmodan verbleibt. Und seine Armeen lauern im Ariadkrater. Nur die uralte Bastion steht seinem Vormarsch im Weg. Ich werde nicht zulassen, dass diese mächtige Festung fällt. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wer hat's? Diesmal Act 3. Frag Act 4, macht Sinn, ne? Ja. Er wird wärmer. Sie brüster mir aus dem Inneren zu. Die Dämmen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten. Meine Tochter, es ist eine schwere Bürde. Aber das Schicksal der Welt liegt in deinem Ende. Wir haben die Bastion erreicht. Aber den schwarzen Seelenstein zusammenzuhalten, erfordert alle eine Zeit. Manchmal denke ich an die verwundeten Soldaten und ihre Familien dort draußen. Doch dann lässt meine Konzentration nach. Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Lasst den Ruf erschallen. Die Bastion wird nicht fallen. Sie schweben aus der Hand. Fürst der weinenden Hölle. Wir haben das Notfeuer gesehen, wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Juhu, Feuer entzünden. Ich bin pro, ich kann nicht drauf. Okay. Okay. Meine Walshiers sind super wohl. Hast du eigentlich schon legendäre Pläne gehabt? Nein. Wenn du welche gehabt hättest, dass ich schauen kann, ob ich dir herstrengen kann. Weil du brauchst hier keine... Stimmt. Verdammt, ich triff mal was. Hehehe. Dina, die Bastion ist fast am Ball. So fairen Kampf sind deine Fledermeister auch nicht, dass 20 Meter dazu stammen kann. Hm, stimmt. Ihr seid dann willkommen angeheldet. Ja. Ja. Ich hab mal gerne auf den Hexen gespielt. Ja. Schaffen wir eh. Ball 6 ist wieder leicht. Hehehe. Das traust du jetzt nicht. Willst du unbedingt? Dann hat es ein schnelles Ende. Ja. Der erste billige Gegner. Batsch. Anschlag zu. Bei dir. Für mich braucht man zwei. Ich glaube nicht. Hehehe. Selbst mit Dandy. Ich hab 40.000 Zehigkeit. Na. 40.000? Du wie? Zehigkeit. Halt. 80er 20er. Eben. Das macht einige dort. Ach so. Negativ würdest du jetzt nicht sagen, dass wir heute sterben müssen. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Hehehe. Hat aber mir nicht gesagt. Ach so. was du siehst. Hm. Ich komm von allem. Das hat die. Das ist deine Ehre. Na. Wozu? Füchst du den Sticker. Wann? Ich würde die ganze Ebene dreimal rennen als beinmal alles. Genau. Abgetan haben. Was gibt es da? Das ist eine Lüge. Stimmt, aber für mich nicht. Der Cake ist allein. Wie viele Leute will ich schon mit haben? Das Leben. So. Nicht dreimal fahren. Auch. Das war schon ein bisschen kritisch. Noch nicht bereit. Gibt es so die Dings auch? Schlüsselhörter? Nein, da gibt es ja wann erst nichts. Nichts dafür. Ja, gibt. Oh Gott, dann lass es mal. Das ist das Leben auch. Okay, ich mach mal. Schau. Schau. Ja, fast. Damit endet der Part zu uns. Das Let's Play. Und. Hey, da ist... Achso, hä? Wo ist der Champion? Wir. Wir sind der Champion. Aha. Haben wir auch so 4 Fähigkeiten? Ja, haben wir erstmal. Sogar mehr. Buffs, Buffs, Buffs. Das muss auch schlimm sein, wenn man ein Viecher ist, was nur Viecher kotzt. Kein Leben. Gibt es oder was? Keine Ahnung. Wir sind ein Willkommener Anblick, Heldin. Heldin, jej. Ich benötige mehr Zaun. Also irgendwie hat es gerade übersprungen. Ihr seid ein Willkommener Anblick, Heldin. Merde, wenn wir nicht gesagt. Bei mir ist übersprungen, wenn das nicht so. Was bei den Höllen war das? Hm. Da ist eh nicht übersprungen. Da, da, da. Das schwarze Typ. Na. Das muss an. Achso, da war ich gar nicht. Ich hab Spinnen genommen jetzt gerade. Ach fuck, ich hab Spinnen genommen jetzt gerade. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Vollkommen verskillt. So. Kann man auf dem Level ja noch. Äh, kann man in Diablo ja noch. Sich verskillen. So. Wieder zurückskillen. Das war irgendwie komisch. Ich hab die falsche Anzeige verkauft. Transponder. Heuschreckenplage. Die Jungs sind vorgekauft. Federmäusen. Bis auf vier Mann sind alle tot. Wir brauchen dringend Verstärkung. Das Problem ist, dass der Aufzug angehalten hat. Auf den ganzen Dreck da unten können wir nicht der keinem was fiesgelaufen ist. Oh, was jetzt? Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Der Vorrenner. Ich sage euch, welches Ende des Schwertes wohin gehört. Dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Känt bis zum letzten Atem zum Renner. Nein. Ich gehe auf. Ich glaube, wir haben es geschonert. Bewegt dich wieder. Haltet aus Jungs. Verstärkung ist unterwegs. Die coole Verstärkung. Ja. Hey, das ist Tragus. Der hat keine legendären Handwerksmaterial. Oh, oh. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Nein, das war viel. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Nein. Magier ist auch ok. Nein. Doch. Nein. Aber spielst du da nicht Magier? Nein, den sonst zum Beispiel. So abwechselnd sein. Nein. dann hätte ich mir nicht nehmen sollen ja ja du du willst ja abwechslung haben ich wisse ich will keinen mönch haben mit dem rest bin ich überall er ist ja gehöre ich glaube ich habe da wirst du auf das andere spielen Ah Gold gobeln. G-G-G-G-gooold gobeln. Ich hab gar nicht gesehen. Er sitzt fest. Das ist gar nicht ... Genau. Ja, das ist nicht schlecht. Schlecht. Nicht so schlecht. Das war nicht trocken. Nimm die Flammenschaden in dem Kreis. Und der Kreis hat trocken. Das war ganz genau. Willst du einen Zauberstab? Äh, wenn er gut ist. Du kannst keinen Zauberstab tragen. Achso. Ich will trotzdem, wenn er gut ist. Dann bei Kaffee haben. Dann müssen wir gar nicht hin. Wir suchen nicht den Schlüssel. Jetzt schon wieder. Du überspringst die Leute. Hier müssen diejenigen sein, die uns retten. Hey, Mord. Ich hoffe, es sei klar. Ich glaube, das letzte Mal hast du auch ein unbewusst Leerdersgedikt. Zumindest glaube ich, dass er Leerdersgedikt ist. Ich habe meinen Text übersprungen. Ich war gar nicht bei Asmodan. Ich weiß ja nicht, dass du direkt am Ende des Levels denkst. Ist ja gerne daneben gewesen. Ja, trotzdem. Ich entzündete das Leuchtfeuer. Der redet was. Und das war genau das gleiche wieder vor. Damit habe ich es übersprungen. Was, Modan, habe ich bei mir nicht gehört. Hättest du nicht vorregen müssen. Vor allem, wenn ich die Kamera... Uh. 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 Da geht es gar nicht durch. Durch. Komisch. Die bochen ewig. Man kann durchschießen. Ja. 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 Ja.